Die Weltmeisterin im Tischfußball Eine von den dreien ist wirklich Lili Andres. Und für sie heißt es jetzt, sagt die Wahrheit. Und hier ist das Ratteteam. Der charmante Lügendetektor Kim Fischer. Der Schnüffler mit dem feinen Näschen Mike Krüger. Die Dame mit dem Röntgenblick Ursula Cantini. Und der clevere Schnellmerker Pierre M. Krause. Und hier ist ihr Gastgeber, Michael Brands-Werkes. Einen wunderschönen guten Abend. Kneipe, Kippe und Kickern, so sieht das Klischee der männlichen Abendgestaltung aus. Aber es ist eben nur ein Klischee, denn diese Dame, Lili Andres, ist Weltmeisterin im Tischfußball. Hat sie alle vom Tisch gefegt. Mal sehen, wer von euch den richtigen Dreh raushalt. Also, ich heiße Lili Andres und bin Weltmeisterin im Tischfußball. Angefangen hat alles in einer Kneipe. Aus Spaß. Erst wurde ich von den kickernden Männern belächelt. Doch mit eisernem Willen und Training, oft ganz allein, habe ich allen gezeigt, dass ich als Frau den schnelleren Dreh raus habe. In kurzer Zeit habe ich mich an die Weltranglisten-Spitze gekickert. Und inzwischen mein Hobby zum Beruf gemacht. Als Allrounderin am Kickertisch stehe ich am liebsten im Tor. Von dort knalle ich die unterschiedlich schweren Bälle nach vorn, gern über Bande und bis zu 40 Stundenkilometer schnell. Das ist anstrengend, vor allem für den Kopf. Denn die Soniere ziehen sich oft über Tage hin. Das Raten geht bestimmt schneller. Und ich bin gespannt, wie es jetzt um ihre Kondition bestellt ist. So fordert uns Lili Andres, die Tischfußball-Weltmeisterin. Heute ist das seltener geworden, glaube ich, so eine Kneipe, wo noch ticke, 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 ne? Aber früher war das Kult. Heute immer noch Kult. Ja? Ja, ja, immer noch angesagt. Okay. Also, leg los, bitte. Kandidatin Nummer 2, wie sieht denn so ein Training aus? Das sieht folgendermaßen aus. Man trifft sich in einer Kneipe und kickert dann einfach auf. Kandidatin Nummer 1, wie ist Ihr Training? Also ich trainiere täglich drei bis vier Stunden. Kandidatin Nummer 3, wie trainieren Sie? Ich meistens alleine zu Hause. Okay, Kandidatin Nummer 1, worauf kommt es an? Auf Schnelligkeit, Geschicklichkeit und das Auge muss halt immer dabei sein. Was muss man mitbringen, Kandidatin 2? Den Ehrgeiz muss man mitbringen. Kandidatin Nummer 3, was ist richtig doof? Was sind die ärgerlichsten Dinge beim Tischfußball? Ja, wenn sowas Unkontrolliertes irgendwie... Kandidatin 2, was ärgert Sie besonders beim Tischfußball? Wenn Männer mich nicht ernst nehmen. Aha! Ein Feuerwerk an Fragekultur. Wahnsinn! Super! Kandidatin Nummer 1, Allrounderin, was muss ich mir darunter vorstellen? Also, dass ich halt mit anderen halt zusammen... Ich dachte, da gibt es verschiedene Disziplinen, Kandidatin Nummer 2. Allrounderin im Tor? Das heißt, im Tor oder im Sturm, je nachdem. Aha, das Mittelfeld vernachlässigen wir. Kandidatin Nummer 3? Im Mittelfeld ist das gleiche wie Sturm. Wie viele sind in der Mitte, Kandidatin Nummer 3, an diesem Schieber in der Mitte? Wie viele? Fünf. Kandidatin und im Tor sind wie viele? Einer. Kandidatin Nummer 2, auf welchem Platz in der Weltrangliste stehen Sie? Fünf. Wer steht vor Ihnen, Kandidatin Nummer 1? Aus Belgien, einer. Eine Frau. Gute Frage. Die ersten vier stehen vor. Sind. Ja, das ist typische Krüger. Er hat wieder zugeschlagen. Gesundheit. Ursula. Ja, ja. Nummer 1, also was mich erstaunt, da wird immer gemischt gespielt. Es gibt, also es ist zwar auch gemischt, aber es gibt auch nur einen Damen. Also wir spielen auch nur Damen, zwei, einer, das ist halt auch eine Disziplin. Und wenn das zur Weltmeisterschaft Nummer 2 geht, ist es dann geschlechtlich getrennt oder auch gemischt? Das ist beides, also geschlechtlich getrennt gibt es Turniere und dann auch gemischte. Und Nummer 3, gibt es da speziell gute Materialien für die Männchen oder? Die sind alle aus Kunststoff. Alle aus Kunststoff. So, jetzt Pierre, nochmal ein paar Infos her bitte. Nummer 3, wie viele Tore sind angegeben an so einem Kickertisch? Also von 1 bis? Das ist unterschiedlich, soweit ich weiß. Meistens sind es 10 in der Kneipe. Okay, Nummer 2, wie geht die alte Kneipenregel, bis wie viel spielt man, um Geld zu sparen? Bis 5. Nummer 1, aus was ist der Ball bei einem normalen Kneipenkicker? Aus welchem Material? Aus, ähm, Kunststoff. Nummer 3, nennen Sie mir eine, äh, was ist das Uncoolste beim Kickern? Das Uncoolste, das man machen kann? Das Uncoolste. Nummer 2, was ist das Uncoolste? Wenn man den Tisch hin und her ruckelt. Das Uncoolste ist doch eigentlich, wenn man so durch, äh, 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 wie nennt man das, drunter, ne? Das musst du dir an. Ja, das verpönt eigentlich, ne, in der Szene, dieses... Wie heißt das denn, wenn man sich um sich selber dreht? Ja, ja, äh... Dann heißt es immer Mädchen. Wobei bei euch ist das natürlich, ähm... Stimmt. Sinnlos. Ja, also gehen wir der Sache nochmal ein bisschen auf den Grund. Drei Kandidaten. Nummer 1 zum Beispiel die 3- bis 4-Stunden-Frau, die immer das Auge dabei hat, damit die Männer sie ernst nehmen, vor allem die aus Belgien. Oder Nummer 2, die Dame, die sich zum Training in der Kneipe trifft, vor Ehrgeiz brennt, mal hinten, mal vorn spielt und niemals den Tisch hin und her ruckelt. Oder Nummer 3, die Solospielerin, die alles kontrollieren möchte, selbst die 5 Figuren in der Mitte und die 10-Tor-Anzeigen am Rand. Ich gebe zu, es ist schwer. Aber nicht unlösbar. Aber Kandidatin 1 glaube ich nicht, dass man das 3- bis 4 Stunden am Tag trainiert. Das wäre komisch. Kandidatin 3, Sie haben gesagt, Sie machen das zu Hause. Spielen Sie da mit sich alleine? Haben Sie so lange Arme rechts, links? Ich glaube, Kandidatin 2, die war am lässigsten, wobei zwischendurch habe ich gedacht, man geht halt einfach in die Kneipe und spielt, das ist das Training. Und hier steht hartes Training. Wahrscheinlich ist das hart in der Alkohol dabei. Also, trotzdem finde ich Kandidatin 2 am coolsten an so einem Ding. An so einem Rüttelding. Gut, dann Mike. Ja, Kandidatin 1 hat das mit dem Training sehr gut erzählt, weil es hier auch steht. Sie trainiert alleine, was ich sehr toll finde, wenn ich mir vorstelle, oh, so ein toller Schuss. Kandidatin Nummer 3, ich glaube, die sind, glaube ich, dann alle aus Plastik. Und ich glaube, in den meisten Fällen sind die bis 10. Und ich glaube, sie sind... Wobei, die haben eine Menge gewusst. Ich weiß, aber sie sind es, glaube ich, deshalb nicht. Also, weil sie mir zu viel glauben. Ich würde auch, wie Kim, auf Kandidatin Nummer 2 tippen, weil sie so aus der Pistole geschossen sagte, 5. Und das kam auch so ein bisschen genervt. Also, ich finde, ich traue Ihnen auch 3 zu und ich drücke Ihnen dafür auch die Daumen. Tja, es wird langsam peinlich. Ich finde auch 2. Mach mal kurz den Prozess, ne? Ja, mach doch mal. Also, eindeutig 2. Da können wir auch voll, du weißt, wie das gehen kann. In die Fällen. Was da passieren kann. Entweder oder. Ich möchte auch 2 nehmen, aber das ist jetzt albern. Nein, das ist überhaupt nicht. Da freuen sich alle hinter den Kulissen, wenn wir falsch liegen. Einzige, was mich misstrauisch stimmt, ist die Kneipenregel 6. Ich spiele bis 6, spielen wir Kneipenregel, damit es eine Entscheidung ist. Du kennst dich da gut aus. Ja, absolut. Und ich meine auch, dass der richtige Kickerball aus so einem Gummi ist, nicht aus einem Kunststoff. Plastik. Jetzt weiß ich aber nicht mehr, wer das wusste. Ich aber weiß es, ich könnte es dir sagen. Ja, sag es mir doch, komm. Ich kann jetzt nicht auch die 2 nehmen. Ich wollte auch die 2 nehmen, sie passt. Ich nehme jetzt einfach die 3 auch nicht. Ich nehme die 1, ich nehme die, doch, ich nehme die 3. 3? Ja. Man ist sich nicht einig, man spielt doch auf Taktik, damit einer wenigstens durchkommt. Aber vielleicht ist ja die 2, dann seid ihr alle falsch. Ja, natürlich. Die 1, Entschuldigung. Die 1, Entschuldigung, die 1. Das ist bestimmt die 2. Hier ist die Auflösung. Das ist bestimmt die 2. Ich hätte jetzt Spaß, wenn es die 1 wäre. Ich auch, finde ich auch gut. Ich bin es die 1, der wir... Die 3. Ja. Ich bin es auch nicht da. Ja. Glückwunsch an den Kollegen Krause. Ja, Glückwunsch. Sehr schön. Sehr gut, Herr Krause. Hab den Kiker da. Wer sind Sie? Ich bin Daniela Manns, Sport- und Fitnesskauffrau und werfe den Hammer bei Bayer 04 Leverkusen. Aha. Hammerwerferin. Nummer 2. Ganz heiße Favoritin. Wer sind Sie? Ich bin Franziska Vorwerk, bin beim Zoll tätig und spiele Freizeitfußball. Fußball, also... Aha. Richtig. Richtig. Und natürlich hat uns Lili Andres einen Kickertisch mitgebracht und hat auch zwei Gegner gefunden, Pierre und Mike. Nämlich, wir schreiben den 11. Juli 2010, Soccer City in Johannesburg, das Endspiel. Die Fußballhörbensschaft, die ersten Fans haben sie schon eingefunden. Uh. Und ab jetzt. Okay, die Grupies. Ja, noch sieht das gut aus. Defensivverhalten ein bisschen verbesserungswürdig, lieber Herr Krause. Meter. Meine Güte. Ein Stuhl. Ist es tatsächlich schneller. Oh Gott. Wieso komme ich denn da nicht vorbei? Wir müssen Angst haben, dass der Ball hier irgendwie rausfliegt. Wieso komme ich da nicht vorbei? spitze hacke sie ist heute die torwart ist aber steht zwei zu null ihr lieben geben kaum ihr müsst ihr unterstützt es ist doch ein unwürdiges gekicke hier von euch das oberste deutsche gericht